Ich habe Mikrobiologie studiert, weil ich als Kind auch immer von Naturwissenschaften fasziniert war. Mein großes Vorbild war Robert Koch, der hat mal die Welt verändert mit seinen Entdeckungen und das war eigentlich auch meine Intention. Es ist schon lange bekannt, dass man Textilfasern aus Milch herstellen kann. Das gibt es eigentlich schon seit den 30er Jahren. Wir haben gesagt, okay, das muss man auf den neuesten Stand bringen und einen neuen Prozess entwickeln und es muss 100 Prozent Natur sein, aber auch gleichzeitig ein Prozess sein, der gut für die Umwelt ist und nachhaltig. Ganz wichtig für uns ist, dass wir Milch verwenden, die nicht zum Lebensmittelverzehr geeignet ist. Also wir sprechen noch nicht mal vom Milchsee und da gibt es Statistiken, dass über zwei Millionen Tonnen jedes Jahr allein in Deutschland weggeschüttet werden. Und das ist ein weltweites Problem. Das heißt, für die Herstellung eines Liter Milch entstehen 1,4 Kilogramm CO2. Jetzt rechnet man das hoch auf zwei Millionen Tonnen. Das sind 2,8 Millionen Tonnen CO2, die jedes Jahr entstehen und die einfach wieder entsorgt werden, ohne dass es einen Nutzen bringt. Wir nehmen diese Milch, wir upcyclen die, können damit auch den CO2-Ausstoß kompensieren und machen da noch was Wertvolles daraus. Es entstehen keine Abfälle, man braucht nur maximal zwei Liter Wasser. Im Vergleich dazu, für die Baumwollfaser benötigt man bis zu 29.000 Liter Wasser für ein Kilogramm an Baumwollfasern. Das heißt, wenn man das alles zusammen nimmt, sind wir sogar die Faser mit der geringsten CO2-Bilanz. Zudem sind wir auch noch kompostierbar, was heutzutage ja sowieso ein ganz großes Thema auch noch ist. Unser Verhältnis zu Textilien hat sich komplett verändert. Wir haben einen nicht mehr so bewussten Umgang, die Weltbevölkerung wächst und es gibt Prognosen, dass allein 2030 über 11 Millionen Tonnen Viskosefasern, also nur eine Faserart, fehlen wird. Und wir müssen uns wirklich damit beschäftigen, welche alternativen Rohstoffe gibt es, um unseren Faserbedarf letzten Endes zu decken. Ich denke, dass es heute sehr viele wissenschaftliche Nachweise gibt, dass uns die Klimaerwärmung bevorsteht. Aber es geht ja gar nicht darum, dass Errungenschaften wie ja auch zum Beispiel Plastik, dass wir das gar nicht verteufeln, sondern dass wir eigentlich im bewussteren Umgang mit dem, was wir geschaffen haben, was wir als Menschheit letzten Endes gelernt haben, dass wir das wieder besser verstehen. Und ich denke, wenn wir uns wieder zu unseren Ursprüngen zurückbesinnen, dass wir dann auch ganz, ganz lange noch als Menschheit auf dieser wunderschönen Erde letzten Endes leben können.